Heute mal ein anderes Video. Wir kochen. Und zwar gibt es gefüllte Boulet Brust mit Salat. Gefüllt mit Gondotou und so kleine Toastbrot und ein wenig scharf und so. Damit es ein wenig feucht bleibt. Nachher wird es mit Ei, so ein wenig Mehl gewendet und dann mit Ei beklebt. Und dann kurz abrädelt und dann im Ofen. Und dann gibt es ein mega weines Boulet zu einem Salat. Also ich habe schon alles vorbereitet. Dann geht es los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.